Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Hexet. Lange ist es her und nur mit Leon und mir. Ja, nur Leon und ich. Also, eigentlich in deinem Fall Niklas und ich. Das ist deine Meinung. Wo? Ja, wir heißen beide Niklas. Es gibt gar keinen Leon. Er ist ein toller Arme. Ich bin an der Mobfarm-Falle, Dings. Mobfarm-Falle? Ja. Ich hoffe, die Minecraft-Sounds sind nicht zu laut. Dann gehen wir Leon eben kurz besuchen. Du machst jetzt eine Sortiermaschine. Das ist richtig. Mobfarm-Falle. Ah, ich bin so ein Idiot. Ich bin gerade zu Farm gegangen. Idiot. Warte, Leon. Ich komme zu dir. Nein, ich will nicht. Ähm, Wasti ist nicht dabei. Sollen wir erzählen, warum? Also, er ist bald wieder dabei. Hoffentlich. Mal gucken. Mal gucken. Nein, warte. Ich bin langsam. Stimmt, ich habe... Echt? Ich bin gerade... ...dings. Ach Gott, hey, alles bewegt sich so schnell, Mann. Das ist... Ach Gott. Erzähl mal, warum ist das so schlimm jetzt für dich? So schnell... ...schnelle Bewegung? Ja, weil ich die ganze Zeit Overwatch gespielt habe, um endlich Gold zu kommen, diese Season. Und da ist meine... ...meine Mausgeschwindigkeit sehr weit runtergestellt. ...damit ich mit McCree Sachen treffe. Bist du sonst nicht? Äh, nee. Interessant. Hä, das ist halt voll gut, mit dem so eine... ...geringe Mausgeschwindigkeit zu haben. Da bin ich echt... Da bin ich echt gut mit dem, ne? Ich bin halt echt gut mit dem. Na, ich glaube, du bist. Echt gut. Achso, ein bisschen. Was ging so bei dir ab? Äh, lass mich mal... Was ging so bei dir ab? Lass mich mal Sachen zählen. Na gut. Es sind krasse Sachen passiert dieses Wochenende. Dortmund ist Pokalsieger. Das ist mir so interessant. Was will ich denn? Björn wollte mit mir ja nicht in die Stadt fahren. Das richtig. Ich glaube, ich tut mal. Und Fetty hat heute den... ...Preis von Monaco gewonnen. Ich will dauernd nachlaufen. Ich will komplett behindert, ey. Ja, ja, ja. Ja, Formel 1 juckt mich halt auch überhaupt nicht. Also Formel 1 finde ich noch langweiliger als Fußball, um ehrlich zu sein. Was ist denn so eine Sportart, die dich interessiert? Außer E-Sports, bevor du das jetzt sagst. Gibt es da überhaupt irgendwas? E-Sports gucke ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich gucke halt nicht so gerne Sport. Also wenn ich schon Sport mache, dann will ich den lieber selber machen. Geholfen? Umfassbar interessant. Was ist denn eine Sportart, die du dir vorstellen kannst? Hä, keine Ahnung. Also, ich habe mir die Kletterweltmeisterschaft mal angeguckt. Einfach weil das komplett krank ist, was die machen. Es sind 31 Grad in meinem Zimmer, Niklas. Ich habe keine Lust mehr. Es ist so warm hier. Mann. Die Kletterweltmeisterschaft. Hä, das ist voll interessant. Also, wenn man gerne klettert, jedenfalls. Die Kletterweltmeisterschaften. Sie hat da gewonnen. Wart! Ich lade die ganze Zeit nach. Mann, das ist. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also, ich meine, das war nicht nur eine Weltmeisterschaft. Ich habe so ein Best-Off angeguckt. Leuten, die einfach krass geklettert sind. Best-Offs Kletterweltmeisterschaft. Äh, Kletterweltmeisterschaft. Alter. Ja. 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 Fechten gibt es auch. Tennis. Tennis verstehe ich... Auch nicht. Du darfst ja vor allem nicht jubeln, wenn die im Spiel sind, ne? Nur nachdem, dass sie... Wenn ja fertig mit dem Satz sind. Warum nicht? Weil du die sonst ablenkst. Hä? Aber... Hä? Das ist ja komplett dumm. Kann man mit diesen, äh... Mit diesen... Kann man mit diesen... Ich muss mal nochmal kurz das ankucken. Oh, das brauche ich ja gar nicht. Was will ich denn machen, Leon? Äh, ich will die Chokobo-Farm fertig machen. Chokobo-Fer... Chokobo-Farm-Fertig machen. Mann! Das hat so harte Halsschmerzen, dass er einfach geistig binheit geworden ist. Stimmt, ich war krank. Bin immer nur krank. Guck mal, wenn ich das hier anmache, ne? Also auf einer Skala von 1 bis 10. Wie nervig ist das? Sehr nervig? Warte, warte, jetzt kommt es aufs Mikro zu. Na, wie ist das? Nee, geht. Es geht? Ja. Ja, du redest, hört man halt so leicht, aber ist nicht so schlimm. Okay. Ich glaube, ansonsten ist das hier... Stirbst du. Das letzte, was ich diesen Monat mache, ist das Leben. Dann warst du das. Leben! Das ist Leben! Äh, das brauche ich alles. Das brauche ich alles. Was ist denn sonst noch so krass, das passiert? So ein Thema. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesprochen. Ähm... Gar nichts eigentlich. Also ich meine, bei mir passiert immer nicht so viel eigentlich. Was passiert bei dir so? Was passiert bei dir so? Ich bin rausgegangen. Ich habe Overwatch gespielt, Mann! Die ganze Zeit! Ich habe nichts anderes gemacht! Okay. Fert sich schon ein bisschen traurig. Ich weiß, aber ich bin Gold gekommen, ja. Ach, Mann. Ich kann mir bald die goldene Waffe holen. Krasse. Typ. Das ist so, wo wir die scheiß Schokoko-Sachen haben. Nicht daran vorbeigelaufen. Nee, keine Ahnung. Hab ich die eine extra Truhe gepackt? Schon? Ich bin doch dumm, oder? Ja, schon ein bisschen. Hä? Dieses Geräusch von den Kisten macht nicht verrückt. Ja? Hä? Hä? Welches Geräusch? Das ist das Auf-Zugehen? Ja. Bist du? Jetzt guck mal, was das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld, ist deine Schuld, wenn du nicht findest, was du so ist, ne? Das ist deine, deine, deine Schuld. D-de-de-deine Schuld. Huso ist hier. Okay. Müssen wir gucken, wofür die ganzen Sachen sind, die wir hier im Haus haben. Wofür sind die ganzen Sachen? Hä, was denn? Also. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß ja nicht, was das ist. Und ich weiß nicht, was du meinst. Wir hatten doch, wir hatten doch Choco, äh, Spawn-Eier, oder? Wir hatten es viel, welche. Ich hab keine Ahnung mehr. Leon, Mann! Oh, meine Spitzhacke ist kacke. Hab ich noch, was hab ich eigentlich Angst so dabei? Ah, stimmt, das wollte ich machen. Ist da eine Spitzhacke bei? Nein. Wow. Wir haben den ganzen Rucksack voll mit irgendeinem Scheiß, ne? Aber keine einzige Spitzhacke. Na, ist doch gut. Das ist richtig gut. Na, hört sich gut an. Wie viel Level hab ich? Oh, ich kann mir einfach rein für Zauberen gehen. Du bist krass. Hm. Ich merk schon, Alter, das wird so eine richtig unproduktive Folge. Sieben. Das Problem ist halt das, was ich mache. Da muss ich darüber nachdenken, wie ich das genau mache. Und. Ohne Witz, ne? Ich glaub, ich bin der Mensch, der am wenigsten Multitasking fähig ist. Ich mach eine Sache. Und danach mach ich vielleicht eine andere. Aber nicht andersrum. Warte, hast du gerade gesagt, ich mach eine Sache. Und danach mach ich eine andere. Oder andersrum. Ich hab gesagt, aber nicht andersrum. Ach so. Aber das macht gar keinen Sinn. Aber das macht gar keinen Sinn. Ja, ich wollte, ja, lassen wir das einfach. Hä, wie kann ich denn Sachen reparieren? Warum kann ich das nicht reparieren, Mann? Was soll denn der Scheiß? Zu wenig Level? Scheiße, da hätte ich auch. Ich hab 49 Level. Und das ist eine nicht enchantete Dia-Spitzhacke. Hm, vielleicht bist du dumm. Jetzt konnte ich, ich musste es erst verzaubern, damit ich es reparieren konnte. Ach so, ja, das, das wusste ich. Ich wusste nicht, dass es nicht verzauert ist, ja. Ich nehmt denn damit, dass du irgendwas hast, das nicht verzauert ist. Ich glaub, du guckst mich an. Ich glaub, du guckst mich an. Ah, hier ist ein Creeper drin, Mann. Oh Gott. Okay. An dem einen Tag hatte ich Basti einfach fest. Was habt ihr gesagt? Äh, ich hatte sehr viele, sehr viele... Termine. Termine würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich... Ja, doch, sagen wir mal Termine einfach. Ich hatte sehr viele Planungen fürs Wochenende, die alle ins Wasser gefallen sind, weil meine Höttschmerzen einfach nicht weggegangen sind. Äh, ja, miese auf jeden Fall. Ähm, und, und, also, so, so, verabreden Sachen, oder also, so mit Freunden, wolltest du so feiern gehen, oder... Oder was war das so für Zeug? Ja. Also, am Freitag wollten wir ja eigentlich was machen. Ja, das ist richtig. Und er hat dich Basti ja auch versetzt. Ja, das ist richtig. Das war wieder so ein Ding, ne? Wir müssen jetzt ganz politisch sein, was wir sagen, ne? Basti hat sich Pferde angeguckt. Basti ist nicht Basti. Ja, es ist vorsichtig. Ich mein, das reimt sich nicht umsonst, ne? Seine Eltern haben sich schon was gedacht dabei. Also, jetzt mal... Sag doch mal rechtzeitig ab, Basti! Meine Güte! Ja, ja. Ach, Gott. Und, macht es dir wieder Spaß, in Minecraft zu sein? In dieser Welt? Ähm, ja, schon. Aber, also, mein Gehirn ist schon schwer gefordert gerade. Ey, das verwirrt mich richtig. Ich hab so ne Treppe an ne Stelle gebaut, wo es eigentlich nicht intelligent ist, dass ich das da gebaut hab. Weil das ist nicht mittig, und das bringt mich komplett durcheinander. Deine Güte. Deine Güte. Kauf! Mach dich nicht, weil du mich lustig. Was sind denn die scheiß Schokobo-Sachen, Mann? Ich krieg echt nen Kollaps hier. Hier hab ich doch alles nachgeguckt. Wo könnten die sein? Wisst ihr es vielleicht? Wahrscheinlich ist das Thermometer in meinem Ventilator richtig gut. Das ist, das sagt so 31 Grad, dann mach ich so den Ventilator an, dann wird's einfach kälter. Weil, Ventilatoren machen nämlich auch die Luft kalt, und drehen die nicht nur im Kreis. Da pustet der vielleicht dagegen, und deswegen denkt das? Ja, keine Ahnung, also ich mein, das Thermometer ist ja in dem Ventilator. Da müssen die schon... Ach, keine Ahnung. Ich hab nicht Ventilator studiert. Ja, die Klimaanlage, die wir gekauft haben, ja, die müssen wir halt zurückgeben, und wir holen uns dafür, äh, ne andere. Das ist im Prinzip auch ein Ventilator, aber da steckt man nen Kühlakku hinter, und dann macht das kalte Luft. Hoffentlich funktioniert das besser. Also nicht zufrieden mit dem, was du jetzt hast? Nee, ey, das Ding lief halt anderthalb Stunden oder so, und hat ein Grad runtergekühlt. Das Problem ist halt, dass das Fenster komplett auf sein muss dafür, also damit das da hin kann, und dann mach ich halt das Rollo zu, weißt du? Aber das Rollo isoliert jetzt nicht so super, halt n Rollo, ne? Naja, mal schauen, was... Was die Zukunft... Was... Ja, genau, was das so... Was die Zukunft, äh, so hergibt. Lass uns weiter über das Sport unterhalten. Was mir da bei Klettern übrigens einfällt, Ich habe... Hör ich den Scheiß jetzt... Ähm... 2012... Mal... Klettergutscheine für den Kletterpark in der Nähe von mir bekommen, äh, und hab die irgendwann irgendwo hingeworfen. Leon? Ja. Ja, ich muss oft erst raus und wieder rein. Das... Gewöhn' dich schon mal dran. Ähm... Und hab die jetzt wiedergefunden, und muss eigentlich noch fragen, ob die... Ob die gültig sind. Okay. Aber da steht kein... Kein Verfeizdatum drauf, deswegen... Eigentlich. Naja, dann sollten die eigentlich noch gültig sein, ne? Hast du Bock, klettern zu gehen? Jetzt darfst du ja auch, äh... Habe ich tatsächlich eigentlich. Ich wollte letztens mit Marcel eigentlich schon mal gehen, aber wir haben es dann doch gelassen. Okay, ey, warum habe ich das denn? Zu viel. Für euch. Ja. War dann doch zu intens. Ey, ich finde die Scheiße nicht. Da ist ein Pelikan, hoffentlich fliegt er nicht in unser Haus und explodiert. Ne? Ja. Diese explodierenden Felikane sind echt ein Problem, Alter. Weißt du, Al-Qaida wirbt die über... übers Internet an, ja? Über so Fidget-Spiller-Seiten. Und dann... Fuck. Ist er drin. Ich leg mich mit ihm an. Na, komm her. Oha. Ah, jetzt ist er down. Opfer. Na, was warst du früher so sportbegeistert? Noch nie, ne? Ähm, ich bin schon immer gerne klettern gegangen. Was anderes? Aber... Äh, ja, ich war relativ lange schwimmen. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich war auch gut, ja. Also ich habe relativ in jungen Jahren das Goldabzeichen bekommen. Äh, aber nach Goldabzeichen gehst du halt zum DLRG und machst so Rettungsschwimmer-Scheiß. Und ich war so klein und die anderen waren so vier Jahre älter oder so. Das war halt körperlich einfach unfair. Deswegen habe ich irgendwann damit aufgehört. Ähm, dann... Dann war ich... Dann habe ich Badminton gespielt. Aber da hatten wir so einen richtigen Hurensohn-Trainer. Weißt du, ich war dann mit Thebes und... Also wir waren jetzt nicht krass oder so, aber wir waren halt ganz okay gut, sag ich mal. Ähm... Aber wir durften voll oft einfach nicht zusammenspielen. Auch in unserer Altersgruppe nicht. Da waren halt ganz viele verschiedene, so von 10 bis 16 oder so. Und dann wurde voll oft gesagt so, ja, spiel doch auch mal mit den anderen. Und dann mussten wir mit so kleinen Pisskindern spielen. Das ist einfach behindert. Ich meine, warum macht man sowas? Das war dann überhaupt kein Sinn. Ich hatte keinen Spaß, die hatten keinen Spaß. Damit ihr Freunde... ...werdet. Hä, das waren richtig die Pisskinder teilweise. Ähm, ähm... Du bist ja ein sehr netter Zeitgenosse. Ja. Hä, dir sind schuld. Wenn die netter gewesen wären, hätte ich... Okay, dann hätte ich immer noch nicht gerne mit ihm gespielt. Hä, es war einfach dumm. Ich meine, wir waren halt schon viel besser als die. Also würdest du sagen, du bist besser als andere? Ähm, ich bin mit fünf... Ich bin mit viel besser als 10-Jähriger in Badminton. Also zumindest als die meisten, ja. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Ein bisschen? Ein bisschen stolz drauf, ja. Ich hab früher Fußball... Naja, erst Eishockey und Laufen. Ja. Und dann irgendwas Fußball. Im Eishockey war ich sogar ziemlich gut. Das würde man mir wahrscheinlich nicht ansehen. Oder sieht man mir nicht an. Im was war es? Im Eishockey? Ja. Oh, na, jetzt sehe ich mich gut eigentlich. Dann bin ich irgendwann, äh... Nach mehreren Vereinswechseln... Fußballspielen gegangen. Wurdest du mal transferiert? Ja. Mehrere Millionen, aber dann... ...hab ich mir immer wieder wehgetragen, weißt du. Dann wollte ich keine Ahnung mehr haben. Meine Karriere beendet. Bin ich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Was ich wirklich witzig finde, ist... ...sind diese, diese, ähm... ...hier, ähm... ...Holzfäller-Weltmeisterschaften und sowas. Der schneidet als erstes so ne... ...so ein rieses Stück Holz ab. Von so einem Baum. Ja, das findest du geil, ne? Das ist männlicher Sport. Holzsägen. Oder... ...Dinge bauen. Mit den eigenen Händen. Ey, ich find das wirklich cool. Dann guckst du dir mal diese... ...dieser großen... ...zwei mal drei... ...zwei mal drei, was? Meter. Kanten. Achso. Die guck ich mir dann an. Ja. Wie so... ...schön diese Bäume sägen mit ihren fetten Armen. Immer so verschwitzt voll mit Holzspänen. Ist geil, oder? Ich weiß nicht, was für Fantasien du jetzt entwickelst. Du guckst dir das an, nicht ich. Das ist merkwürdig. Du findest es merkwürdig, wenn... ...Männer testen, wie männlich sie sind, indem sie Holz zerschneiden. Also, ich mein, komm schon. Äh. Nein, also, ich frag mich halt, wie daraus eine Weltmeisterschaft geworden ist. Ich mein, die müssen ja irgendwann mal beim Arbeiten so gesagt... ...hey, ich wette, ich kann viel besser Holz sägen als du. Ja, und? Sie sagen, ey, ich kann viel besser klettern als du. Dann machen die auch eine Weltmeisterschaft daraus. Ja, aber Holz sägen. So, komm. Klettern. Warum haben wir eine Truhe voll mit kaputten Bögen? Weiß ich nicht. Hä, das ist voll krass, Alter. Also, ich mein, du guckst dir das an und denkst dir so... ...ist das physikalisch überhaupt möglich? Ja, ich denke schon. Das sieht halt wirklich mega krass aus, ne? Also, ich mein, die hängen da richtig komisch. Das sind voll die heftigen. Vor allem diese kleinen Chinesen, weißt du? Die sind so einen Meter groß und kommen trotzdem überall hoch. Die sind richtig krass und ich hab vergessen, was ich haulen wollte. Ach, fucken. Kleine Chinesen. Aber diese kleinen Chinesen. Ach, Mann. Was denkst du, hat Basti für einen Sport gemacht früher? Schlafen. Ich glaub, wir waren nicht sportlich. Dann hätte der das jetzt besser drauf. Ich mein, das ist... Ja, aber ich glaub, wenn du, wenn du viel schläfst, bist du dann nicht irgendwann gut darin. Gut im Schlafen? Ja. So, dass du einschätzt, wie lange du schläfst und so ein Zeug. Ich weiß nicht. Ich hab einen sehr schlechten Schlafrhythmus. Also, ich kann das nicht sagen. Es gibt halt echt Leute. Und mein Vater ist auch so jemand, der, ähm... der genau nach 30 Minuten aufwachen kann, ne? Also, er sagt sich vorher, ich würd 30 Minuten leg ich mich jetzt auf die Couch und nach 30 Minuten steht er dann auf. Das ist ziemlich beeindruckend. Vielleicht ist er auch einfach nur 30 Minuten in so einem Halbschlafen. Er schläft eigentlich gar nicht. Kann auch sein. Meine, meine innere Uhr ist komplett für den Arsch. Wenn ich schlafen gehe und mit keinem Wecker stelle, dann ist es halt komplett vorbei. Komplett vorbei. Sehr einfach. Dann war es das einfach. Bis, bis, bis sonst wann. Dann werde ich richtig zum, zum Siebenschläfer. Heißt das so? Dass ich wieder so lange penne. Zum Faultier, wirst du denn? Alter, wenn die nicht so lange... Es gibt echt Tiere, wenn die nicht so lange schlafen, wie die halt. Also schon... Also die schlafen irgendwie über, über, über... Über... Wie heißt das? 18 Stunden oder so? Sonst sterben die. Schon krass, ne? Okay, was wolltest du... Was meintest du mit wie heißt es? Stunden? Sterben? Also... Das weiß ich selbst nicht. Ich glaube, ich habe das Tier gesucht. Ich glaube, das Tier sind Koalas. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, doch, ich meine, du hast sowas mal erzählt. Ich meine Koalas. Koalas sind krass. So, wie ich eher Team Panda bin. Ja, Panda sind auch sick. Wo die auch echt aggressiv werden können. Echt? Ja. Haben die überhaupt Krallen oder so'n Scheiß? Das sind nicht einfach nur so fette Fellbälle? Die können scheiß Baum hochklettern. Ja, und? Ich kann das auch. Ich habe auch keine Krallen. Ja, aber die haben... Keine Daumen. Das ist natürlich sad. Daumen sind halt schon wichtig, ne? Daumen hoch für die Daumenlosen. Ne, die können schon aggressiv werden. Vor allem, wenn du ihr Jungtier angeißt. Oder das die Bedrohung hast. Das ist ja bei allen Tieren so. Die rasten ja komplett aus. Dann... ...kennen die kein Halten mehr. Dann ist vorbei. Dann ist Schluss mit lustig. Dann kannst du einfach einpacken, okay? Boah, so'n Panda gegen einen Alligator kämpfen. Alter, würde ich mal 10 von 10 angucken. Okay, eigentlich nicht. Das ist echt mies, ne? Ich frage mich halt nur, ob der Panda gewinnen würde. Ja, vielleicht würde er gewinnen, ne? Also, ich meine, wenn der Alligator seine Jungen angreift. Dann gibt er komplett Rampage-Mode, Alter. Aber nur dann. So'n Süß. Einsatz wird halt dafür aufgegessen, ne? Sonst guckt der Panda nur süß. Ist so'n Panda-Ding. Was gibt's noch für krasse Sporte an? Hier, äh, Handy-Weitwurf gibt es auch noch. Ist das so'ne... Ist das so'ne Hipster-Version von diesem Baumstamm-Weitwurf aus Schottland? Handy-Weitwurf. Baumstamm-Weitwurf ist halt richtig krass, ne? Ich stelle mir das schon ziemlich anstrengend vor, einen Baumstamm zu werfen, ja. Ja. Ich stelle mir auch die Frage, warum man einen Baumstamm wirft. Ich meine, das ist halt... Das ist halt richtig Schottland, ne? Das ist halt richtig Schottland. Vielleicht haben... Vielleicht haben die einfach nichts anderes da zum Werfen. Was sollt ihr denn sonst helfen? Kleine Menschen? Ja. Also... Schon große Menschen. Ich meine, du musst ja... Ist ich hier allein von einem Baumstamm? So'n großer Mensch wird einfach geworfen. Große Menschen-Weitwurf. Und kleine Menschen-Weitwurf. Ich finde Schwergewichtsklassen. Ja. Lass neue Sportartgründe in der Klasse. Auf jeden Fall. Wir machen Millionen. Geil. Weil wir das Komitee sind. Guckst du dir denn die Olympics an? Nein, nein. Ich habe bei den letzten tatsächlich kurz mal reingeschaltet. Aber ich habe halt rumgesappt. Und waren so Olympics, ich dachte so, ja. Aber dann habe ich nach 20 Minuten auch wieder weggeschaltet. Ich finde es halt nicht so interessant. Bei den meisten Sportarten finde ich auch, ist das sehr langweilig. Bei den Sportarten guckst du dir denn so an? Bei den Olympics? Ja. 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 Also... Nee, ich weiß es nicht. Also ich gucke manchmal so schwimmen, äh, gucke ich manchmal. Weil die echt krass schnell sind. Ähm. Na, keine Ahnung. Laufen finde ich auch noch ganz witzig. Der hat sich ja letztes... Da passieren manchmal sehr komische Sachen. Was denn passiert letztes Mal? Und der hat sich eingeschissen. Hm. Ja, cool. Der ist jetzt nicht so... Wild, aber... Alter, das muss richtig unangenehm sein. Vor allen Dingen, wenn überall Kameras auf dich gerichtet sind und du einfach Gold läufst. Der hat gewonnen auch noch. Ja. Der musste bestimmt auf Toilette, deswegen war der so schnell. Der wollte gar nicht gewinnen. Der wollte nur auf Schlecht. Ist das so ein Ding bei Sportlern? Also passiert das öfters mal oder war der einfach krank? Ich weiß es nicht. Ey, ich hab mir die Interviews oder so nicht angeguckt. Ich weiß, dass so Läufer ganz gerne mal kotzen beim Laufen. Weil die sich so hart anstrengen. Äh, ist auch eklig. Ja. Wo haben wir denn Rüstung und... Werkzeuge? Keine Ahnung. Da müsste eine Truhe sein, wo so ein Maßband dran ist. Ja, aber da waren keine Schaufeln drin. Dann weiß ich's auch nicht. Vielleicht haben wir einfach keine Schaufeln, Mann. Ja, ich mach mir jetzt ne Schaufel. Ja, dann mach dir doch ne Schaufel. Ja, mach ich auch. Ja, mach doch. Also, wenn du Sachen nicht findest, ja, dann besteht halt die Möglichkeit, dass wir sie nicht haben. Es besteht nicht die Möglichkeit, dass wir nichts haben. Also, dass wir eine Sache nicht haben. Ich hätte ja bei Basti gucken können. Clown. Oha. Das war schon böse. Ja, komm, jetzt beruhig dich mal. Nein! Das ist richtig komisch. Öh. Hä? Warum nicht hä? Moment mal. Warum nicht hä? Warum nicht hä? Das sollte nicht so sein. Ach so, ja, hier kommt gewohnt man, ne? Machst du das automatische sortierte System darunter? Ja, drüber wäre nicht so schlau, ne? Ja, ich kann nur... Äh, ja, mach ich. Irgendwann wird es auch eSports bei den Weltmeisterschaften, äh, bei den Olympics geben. Ähm, was ist jetzt, äh, das ist jetzt Käse? Habe ich mich irgendwie verzählt oder so? Was machst denn du? Für ne Scheiße. Hä, ich mach diesen, ich mach diesen Scheiß hier halt. Ja, man macht den Scheiß. Ah, äh, nee, Moment mal. Du machst ihn scheiße! Ein, zwei! Das ist voll gut! Wir sind heute Kuchen essen gewesen. Hä? Wo ist denn mein... Ich... Wo ist die Hölle ist denn mein Inventar? Safe. Ein Inventar? Ja, ja, bei Minecraft, das wird nicht lange gezeigt, gibt's so einen Knopf, wo man das machen kann? Äh, in den Einstellungen vielleicht? Ne, 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 es gibt doch so einen Fotomodus. F1? Ja, das war richtig. War geraten, ne? War gut geraten. Ja, ich weiß. Hm. Den Fotomodus. Und jetzt kommt wieder öfters Minecraft Season. Hoffentlich. Jetzt, wo was die weg ist. Hoffen. Oha. Hoffentlich ein bisschen mehr wieder. Wir müssen auch bald wieder Alan Wake aufnehmen, weil wir das jetzt nicht... Hm. ...sie mir voraufgenommen haben. Okay, ich brauch... Warte, haben wir überhaupt Sticky Pistons? Bestimmt. Wenn nicht, äh, wir haben sehr viele... Bestimmt, das ist ja sehr fragt. Ja, stimmt, das ist ja Hexel hier. Hier hast du ja eh alles. Okay, dann ist ja... Nee, Schleimbälle haben wir voll lange gesucht. Echt? Ja. Hässig, die gibt's ja in voll vielen Dungeons. Das ist immer wieder mega lange nachgesucht. Der ist ja richtig kacke. Da bin ich mir zu hundertprozentig sicher. Na gut, ich will ihm mal vertrauen. Äh, wie viel Eisen haben wir? Weil wir brauchen halt unendlich viel ungefähr. Wir haben sehr, sehr viel. Glaube ich, wenn nicht, glaube ich, Basti. Das Ausbuddeln ist beendet. Yay! Der ist ausbuddeln. Der ist ausbuddeln. Zum Glück schreibe ich Montag nicht Klausur. Richtig gut, ich habe erst den Bein frei, weil so ein paar Lappen sich dachten, öh, ich schreib mal Geschichtsklausur. Dachten die sich einfach? Ja, dachten die sich einfach so. Müssen die nachschreiben? Nee, die schreiben einfach. Also ist das eine Klasse? Nein, du, also ich habe auch Geschichte, aber du musst, nur weil du Geschichte hast, musst du nicht Geschichte schreiben. Verstehe ich nicht. Ja, du wählst halt welche, in welchen Fächern du Klausur schreibst. Ah, okay. Warum hast du nicht Geschichte genommen? Weil ich scheiße, also ich finde es halt übel langweilig, ne? Schlecht in Geschichte kann man eigentlich nicht sein. Äh, also schlecht sein, rein theoretisch schon. Naja, also ich meine, Geschichte ist halt zu 80% im Unterricht aufpassen und Hausaufgaben machen. Und für die Klausur lernst du so ein paar komische Daten. Was war es halt? Wo schreibst du deine Klausur drin? Ähm, ja, also wir müssen halt eine in der Gesellschaftswissenschaft schreiben, eine in der Naturwissenschaft, eine in der Sprache und halt noch so ein paar andere Sachen. Also in unseren LKs müssen wir, also es gibt so ein paar Richtlinien, ich glaube man muss mindestens fünf schreiben oder so, wenn man alles erfüllen will. Ich schreibe halt auch nur fünf. Meine Gesellschaftswissenschaft ist Erdkunde. Alter, krasser Typ. Bei Erdkunde musst du noch weniger können als bei Geschichte, da musst du nicht mal die Sachen vor der Klausur lernen. Da gehst du einfach hin und schreibst eine Erdkunde-Klausur. Das war's. Ja, musst du wissen, wo die Länder sind, ne? Nein! Wie, nein? Ja, brauchst du ja nicht. Die Erdkunde-Klausur ist ja nicht... Wo ist England? Was musst du wissen dann? Also wir mussten ein Land lokalisieren, also eine Stadt Los Angeles, also sagen so, wo die genau ist, aber wir kriegen halt ein Atlas. Dann, was sind da für Flüsse, was ist da für eine Wirtschaft, was ist da für ein was weiß ich. Wir kriegen halt Material für alles. Also deine Kompetenz in Erdkunde ist Material auswerten. Wenn du das kannst, dann musst du im Prinzip nichts können für die Klausur. Du musst wissen, was du bei der Aufgabenstellung lokalisieren machen musst, aber das kommt seit zwei Jahren in jeder Klausur dran, also sollte man mittlerweile können. Ähm, also ich mein, diesmal kamen Städtebilder dran, das heißt ich hab mir so ein paar Städtebilder angeguckt, aber das ist halt Lernaufwand von, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Also da muss ich nicht so viel können. So, was brauch ich noch? Ich brauch Müllchen. Du bringst mich jetzt durcheinander, Mann, ich steh die ganze Zeit... Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich mich mit dir unterhalte. Ja, erwarte ich auch eine Entschuldigung. Aber wir können die Folge auch beenden. Zu langsam. Mhm. Und dann will ich einfach mal sagen, hallo rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.